Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Gäste auf der Tribüne! Der Baubereich hat in allen Märkeregierungen ein eher stiefmütterliches Dasein geführt, obwohl das gesamte Nettoanlagevermögen aller Wohnimmobilien in Deutschland fast 5 Billionen Euro beträgt. 5 Milliarden Euro, also sage und schreibe, ein Tausendstel davon wollen Sie jetzt pro Jahr in den Wohnungsbau investieren. Die jetzt bekannten Ergebnisse des Wohngipfels sind eine einzige Marge für diese Bundesregierung. Es fehlt jede Systematik, Einzelmaßnahmen wurden planlos aneinandergereiht. Man könnte auch zu diesem Wohngipfel sagen, der Berg kreiste und gebar eine Maus. Die wirklichen Gründe für das extreme Wohnungsdefizit und die hochspekulative Situation auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere in den Metropolen, wurden auf dem Wohngipfel erst gar nicht benannt. Diese lauten erstens die schon seit mehr als 15 Jahren andauernde stetige Flucht aus dem ländlichen Raum in die Städte. Zweitens die gewollte Freizügigkeit seit 2011 für Arbeitnehmer und Selbstständige aus den osteuropäischen Staaten, die im Jahr 2004 der EU beigetreten sind. Drittens die enorme Einwanderung von mehr als 1,8 Millionen meist illegaler sogenannter Flüchtlinge seit 2013 in unser Land. Viertens die spekulativen Investitionen in Immobilien aufgrund der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Der Verkauf von Wohnbeständen durch die Kommunen an Renditeorientierte internationale Pensionskassen und Fonds, natürlich auf Kosten der Mieter. Das waren Ihre Leute. Sechstens die häufige Zweckentfändung der Mittel für den sozialen Wohnungsbau durch die Bundesländer. Sie kannten all diese Probleme und haben nichts, aber auch wirklich gar nichts, unternommen. Nur 5 Milliarden für den sozialen Wohnungsbau bis 2021 und weitere Kleinigkeiten sollen die akute Wohnungsnot lindern. Nein, es ist nur die verzweifelnde Antwort auf eine völlig verfehlte Wohnungsbaupolitik der letzten 13 Jahre. Die ehemalige SPD-Ministerin Hendricks mahnte bereits 2016, dass jährlich 350.000 bis 400.000 Wohnungen gebaut werden müssten. Passiert es nichts. Ja, liebe Kolleginnen von der SPD, überall dort, wo Sie regieren, in Berlin, Hamburg, München oder Frankfurt, sind die Mieten am höchsten. Sie müssen sich mal fragen, woran das liegt. Jetzt versucht diese Regierung, hektisch und ohne wirklichen Plan mit dem Gießkannenprinzip bei den Bürgerinnen und Bürgern zu punkten. Irgendwas wird schon wirken. Lediglich 100.000 Sozialwohnungen bis 2021 sind nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Darüber hinaus verschweigen Sie, dass im selben Zeitraum bundesweit 200.000 Wohnungen aus der Sozialbindungsfrist fallen werden. Wir werden also 100.000 Sozialwohnungen weniger haben als heute. In den letzten zehn Jahren wurden in Deutschland im Durchschnitt ca. 200.000 Wohnungen gebaut. Im Jahr 2017 waren es 285.000 Wohnungen. Im Jahr 2018 werden es voraussichtlich 300.000 werden. Wie die Bundesregierung ihr selbstgestecktes Ziel von jährlich 400.000 neuen Wohnungen erreichen will, bleibt somit ein Rätsel. Dieses Ziel werden Sie in keinem Fall erreichen. Schon jetzt sind die Kapazitäten im Bauhauptgewerbe komplett ausgeschöpft. Die geplanten Sonderabschreibungen für vermietbaren Wohnbau wirken kontraproduktiv und werden die Miet- und Immobilienpreise weiter stark ansteigen lassen. Die Zeichen dafür können Sie am Markt heute schon erkennen. Die Ergebnisse dieses Wohngipfels werden die Wohnungsnot insbesondere in den Metropolen nicht lösen. Die Landflucht in die Städte wird nicht abnehmen. Wir werden weiter Zutaten aus Europa haben. Auch in diesem Jahr und in den kommenden Jahren werden wieder ca. 200.000 sogenannte Flüchtlinge neu in unser Land einwandern. Auch die vielfältigen Formen von Familiennachzug müssen bei der Berechnung des Wohnraumbedarfs beachtet werden. Wenn ich unseren Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble in seinem Bildinterview richtig verstanden habe, werden wir selbst abgelehnte Asylbewerber kaum abschieben können. Ein verheerendes Signal für diesen Rechtsstaat. Das alles in Ihren Vorschlägen ist nicht berücksichtigt. Sogar der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung hat unlegst Vorschläge unterbreitet, die erheblich logischer und strukturierter sind als das peinliche Herumgestochere dieser großen Koalition. Das alles zeigt uns, meine Damen und Herren, Sie befinden sich auf dem politischen Irrweg und Sie betreiben damit politischen Fusch am Bau. Vielen Dank. Als nächstes, liebe Kolleginnen und Kollegen, erhält für die Bundesregierung die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Hagel-Kiel das Wort.